Radikalenfänger. Radifakalenfänger sind in der Theorie der freien Radikalen, sogenannte Antioxidantien, sind Stoffe, die freie Radikale, also aggressive Sauerstoffmoleküle, an sich binden und so andere Zellen schützen. Die Theorie der freien Radikalen ist in den 1950er Jahren entstanden. Sie wurde postuliert von einem Bio-Gerontologen namens Denham Harmon und er stellte 1956 die These auf, dass freie Radikale die Ursache des Alterungsprozesses sind. Freie Radikale sind Moleküle, denen entweder ein Sauerstoffmolekül fehlt oder nach einer anderen Theorie, Es sind Teile von Molekülen, deren Bruchtstelle sich ein Atom befindet mit einem ungepaarten Elektron. Das sind also hochreaktive Moleküle und diese reagieren dann mit anderen Zellen des Körpers und reißen gesunden Zellen etwas ab. Die Theorie der freien Radikale besagt, dass diese freien Radikale dann eben zum Beispiel in Arterien, die Arterienwände schädigen und so zu Arteriosklerose führen. Diese freien Radikalen können auch den Zellkern schädigen und so zu Krebs führen. Freie Radikale können dann auch die Zellen sonst stören und so zu Diabetes mellitus führen oder zu Alzheimer. Auch Arthrose und Gelenkerkrankungen sollen durch freie Radikale bewirkt werden. Ebenso können auch die freien Radikale nach dieser Theorie zu Autoimmunerkrankungen führen und damit zu Entzündungsreaktionen im Körper. Und so gibt es dann die sogenannten Radikalfänger Antioxidantien. Das sind dann eben Stoffe, die die freien Radikale binden. Ursprünglich wurden insbesondere die Vitamine A, C und E sowie Selen als freie Radikalenfänger angesehen. Dann hatte man auch noch andere Pflanzenmittel schauen können, die gut sind gegen freie Radikale. Die verschiedenen Provitamine A, verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe und so weiter. Auch der menschliche Körper hat einige Stoffe, die er selbst herstellt zur radikalen Abwehr, also als radikalen Fänger. Es gibt jetzt unterschiedliche Aussagen. Manche sagen, dass man zusätzliche Vitamine und freie Radikalenfänger aufnehmen sollte. Allerdings hat man festgestellt, dass die Gabe von Vitamin A, C, E und Selen über Tabletten nichts bringt. Es reduziert nicht die Atherosklerose und es reduziert auch nicht die Krebswahrscheinlichkeit. Und so ist es seit dem Jahr 2010 etwas ruhiger geworden um die Theorie der freien Radikalen und die radikalen Fänger. Man spricht sogar davon, dass man auf Rattenfang geht mit radikalen Fängern. Menschen in Deutschland haben nachdem die Theorie der freien Radikalen in den 1990er Jahren populär geworden ist, millionenfach Vitamintabletten und andere zu sich genommen. Aber man hat inzwischen festgestellt, dass die Vitamintabletten vermutlich mehr schaden als nutzen. Und so wird man vermutlich sagen können, eine gesunde, allgemeine pflanzliche Ernährung ist das, was gut ist. Man muss nicht so sehr radikalen Fänger zu sich nehmen. Es ist wichtig, auf zu viel Zucker zu verzichten. Es ist wichtig, nicht zu rauchen, keine alkoholischen Getränke zu sich zu nehmen, keine Weißmehlprodukte zu sich zu nehmen. Wenn man darüber hinaus verzichtet auf Fleisch, auf Milchprodukte, auf Eier, auf Frittiertes, dann hat man schon mal die schlimmsten Sachen weggelassen. Und dann, wenn man eine Ernährung hat aus Salaten, Gemüsen, Obst, Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten, vielleicht ergänzt mit Nüssen und kaltgepressten Ölen, dann hat man eine gesunde Ernährung. Dann braucht man sich keine Gedanken zu machen über freie Radikale.